Ich bewerte eure Zimmer, let's go! Das ist das erste Zimmer. Ich finde die LED-Streifen oben nice und hinten dieses LED-UFO ist auch also wild. Aber am besten ist die rote Katze. Also wirklich Katzen, carrying komplett. Und einfach mal ein Video am Laufen. Das nächste ist mega krass. Von der Stil ist alles so orange gehalten. Eigentlich mag ich orange nicht, aber in dem Setup halt einfach nur... Oben eine Wolkendecke, ein Hochformat-Bildschirm, eine Webcam, ein Mikrofon, der ist safe am Streamen. Also das ist... Der macht irgendwelchen Content, aber ist ein geiles Setup, 10 von 10. Wenn ihr beim nächsten Video dabei sein wollt, dann schaut auf meinem Discord und schickt mir dort Bilder von euren Zimmern. Den Link dazu findet ihr auf meinem Kanal.